Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Limbo und ich habe mal wieder die Steuerung vergessen. So, da läuft man, da springt man. Kann man sich bücken? Nein, das kann man hiermit nichts. Gut, dann wollen wir mal zurückgehen. Gut, ähm, ach ja, hier war das. Hier musste man so hin und her wippen, was eine sehr spannende Aktion ist, natürlich. So, ich glaube, ich mache es noch einmal. So, und danach so und los. Und jetzt renne, 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 tot, tot, ja, das war eindeutig tot, ja, ja, das war tot. Okay, äh, dann springen wir mal. Das bringt es auch, du, Limbo, Junge. Was wollte, was sollte das denn eben? Hup, 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 ne, 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 ne. Äh, vielleicht? Nein, das bringt es nicht. So, dann machen wir das halt noch ein paar Mal. Warum auch nicht? So, 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 so. Und, ja, dat war's. Dat, ah, ah, ah. Ich glaube, ich weiß, was ich hier zu tun habe. Denn das ist auffällig, dieses Ding hier. Und, 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 wir schaffen's. Das war ein Kinderspiel, natürlich. Das war mehr als nur ein Kinderspiel, das war. Einfach, einfach. Weil einfach, einfach, einfach ist. Ähm, wie ging denn das? Ähm, ach ja, so. So, jetzt haben wir das hier. Nein. Hm. Ich hab dieses Rätsel schon mal gesehen. Aber ich weiß nicht, wie es ging. So ganz genau. Ähm. Ja, ich bin Steam nicht offline gegangen. Sehr vorteilhaft. Ja, so. Nein, wo ist da der Sinn? Da ist doch gar kein Sinn dahinter. Ich könnte ja auch einfach so da drauf. Ja, okay, wir haben's geschafft. Warte mal. Was? Was ist das? Hm, egal. Wird sich noch klären, was das ist? Ach. Sieh mal einfach mal. Ähm. Äh. Hallo, Seil. Hallo, Seil, an das ich nicht rankomme. Hallo. Ähm. Ich glaube... Ach, dafür ist hier eine Kiste. Gut. Dann kommen wir auch an das Seil ran. Gut. Ähm. Was kann man dann tun? So. Jetzt machen wir das so. So. Gut. Ach so. Okay. Jetzt weiß ich auch, wofür das hier ist. Ah! Ähm. So, jetzt haben wir... Haben wir's? Ja, sollte. Ja, hat geklappt. Gut. Jetzt kommen wir auch an das Seil ran. Hier oben. Ähm. Ach so, ne. Wir müssen, glaube ich, das dann wieder zurück machen. Dann über diese Kiste sprengen. Okay. Und... So. Auf die Kiste. Auf das Seil. Und... Haben wir's time. Geschafft. Gut. Ähm. Ich glaube, ich sollte schwingen. Anstatt... Ich probier's einfach mal. Ob wir dann sterben oder nicht. Das sagt er dann gleich. Das Licht. Oder der Black Screen, der sagt, dass du tot bist. Ähm. Noch einmal schwingen und dann rüber mit der... Dings. Bums. Putz. Sie. Putz. Da. Buh. Ähm. Flut. Ähm. Was? Was soll das? Nein, ich glaube, das sollte es nicht. Ähm. Hui. Okay. Wir müssen es ein wenig versetzt haben. Äh. Ja. So arg versetzt. Hallo. Mann. Wieso bin ich nur so dumm? Wieso bin ich nur so dumm? Wieso bin ich nur so dumm? Dumm, 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 dumm. Das wird nicht mehr reichen. Das wird nicht mehr reichen. Das wird nicht mehr... Hat nicht gereicht. Ja, und da ist unser Kopf. Muss. So, jetzt aber. Ah. Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Oh, wir haben es geschafft. Ah, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Okay. Das war schon etwa... Ähm. Es ist dunkel. Ich gehe zurück. Ich... Ich... Ich hab was gehört. Ich hab was gehört. Ich hab was gehört. Nein, 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 nein. Das ist nicht mein Job. Nein. Hui. Wunsch, Party. Oh. Hallo, du. Na, du. Na? Ja, wo bist du denn? Ja, wo bist du denn? Ich glaub, ich weiß, was ich zu tun habe. Ganz langsam und vorsichtig, wenn ich herantasten, an diese Fliege und dann gesprungen kommen und dann haben wir es geschafft. Ich schafft. Gut. Lass... Ich kann loslassen. Lass los. Oder so. Danke. Na? Da zuckt's noch. Ja. Oh. Jetzt bin ich eben kurz ans Mikro gekommen. Entschuldigung. Zumindest an den Popschutz. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Okay. Das ist ja jetzt auch recht schnell gegangen. Puh. Ich weiß nicht, was dieses Spiel nur noch ab... ...verlangen soll. Okay. Ich glaube, das Spiel wird mir noch einiges abverlangen. Vor allem ab jetzt bestimmt. Weil... ...ich keine Ahnung hab, was... ...ich gerade... ...hier... ...bewirkt habe. Okay, da ist... Achso, nee, das ist der Vordergrund. Pff. Ich hab gedacht, das ist irgendwie ein Teil, das... Hä? Oh mein Gott, was... ...was... ...wie bitte? Was wollen die mir hiermit sagen? Was wollen sie hier... ...oh, oh, oh, oh. Ich glaub... ...ähm... ...ich glaub, dass ich nicht weiß, worum es geht. Nein, ich weiß null... ...worum es geht. Was soll ich hier tun? Also ich weiss Reifen raus. Dann... ...ge... ...ich hier rüber. Mal sehen, ob ich es noch schaff. So, ja, ja, ja. So, 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 so. Vielleicht... ...schaff ich es wirklich. Und dann so. Und dann haben wir es. Dann haben wir es. Aber was bewirkt das? Okay. Wir haben zumindest jetzt einen Reifen da unten. Also... Boah, ich hab schon gedacht, dass ich jetzt tot bin. Okay, wir haben einen Reifen. Toll. Einen Reifen. Was soll ich mit diesem Reifen jetzt tun? Ah. 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 Und jetzt? Äh. Ähm. Ja. Das... ...bringt es mir nicht. Okay. Ich hätte jetzt ne... Ne, auch keine Idee. Ach, ich muss... ...denke ich mal... ...das... ...da... ...also, den da... ...da runterbekommen. Damit ich... ...ihr wisst schon was. Da drüben hin kann. Wo... ...da war ja so ne kleine Plattform. Aber... ...ich glaub, das werden wir im nächsten Part dann machen. Denn... ...mal sehen, ob wir es noch schaffen. ...ja, schauen wir noch. Ja, haben wir geschafft. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Limbo. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.